Eine andere Scholl ist hier. Urbanschies. Guten Morgen miteinander. Wir sind hier bei der Metzgerei Scholl. Wir machen jetzt zuerst einen Betriebsraumgang. Ich freue mich auf den Morgen. Und dann gibt es eben die Ender-Terrine mit Jean-Jacques Rognon. Es ist jetzt der Wille, dass dieses Rezept überlebt. Ein bisschen sauber. Schatz! Ich habe einen schönen Abend. Mit der Länge. Vielen Dank. Aber Cognac, das ist sehr... Das ist die schwierigsten Sache. Der Metzgerei Scholl. Richtig. Wir sind 17 Meter. Das Wichtigste ist davon unsere Zukunft. Dass wir immer mögen, dass wir drei Leute kommen. Und der vierte Generation Metzgerei. Ja. Fantastisch. Das ist ein viel Kremi. Das ist ein Schaff. Das ist ein Schaff. Das ist ein Schaff. Das ist ein Schaff. Ja. Und er macht die Rezept der Terrine von Canard. Wie lange dauert es? Fast 30 Jahre. Und woher kommen Sie? Ich komme aus Morsche. Ja. In Morsche. Ja. In Lausanne, Role, Geneve. Morsche und Coquette. Vielen Dank, Herr. Das ist jetzt eben noch wirklich eine richtige Dorfmetzge. Und selber Metzgen hier dran. Und das Fleischangebot, das man hier hat. Inklusive ein bisschen mit dem Gemüsecken. Finde ich einfach fantastisch. Dass das noch geht in Selsach, Metzgermeister, andere Show. Er ist da. Ja. Ich will nicht mehr mit dem Schaff. Ich will nicht mehr mit dem Schaff. Die Steine sind jetzt gefüllt. Der Terrine ist drin. Jetzt verschieben wir. Jetzt gehen wir hoch ins Mittagessen zum Urbanschies in der Kochkreuz. Der alte Schmitte. Seltsach. Wir kommen. Wir kommen. Das ist ein bisschen aufzutausch. Das ist ein bisschen drehen. Der einsame Koch. Wir haben ihn jetzt gerade degustiert und fantastisch. Also mit dem Cognac, mit der Leber drin. In seiner Kochkünste war es wirklich gut. Die Kalbshackse in Rot wie geschmort. Kennen wir schon, gell? Also hier im Hof ist Tarte Tata und er ist sehr nervös jetzt, weil er macht das genau auf Minuten da drunter. Eben der Endeterreinenkurs ist jetzt vorbei. Wir teilen uns die noch aufteilen und dann kann jeder noch etwas mit reinnehmen. Und das ist natürlich das Schönste. Das wäre es auch schon gewesen. Danke vielmals fürs Zuschauen. Bis gleich. Tschüss zusammen. Abonnieren nicht vergessen, gell? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.